Ich würde etwas über die Europäische Superleague sagen. Das wäre nicht gut für den europäischen Fußball. Das ist eine Superleague, die muss stoppen werden, weil es einfach nicht fair ist, nicht richtig ist. Seit einem Jahr haben wir Spiele gesehen, mit den besten Klubs im Weltall und den besten Spieler. Und es war so morgens. Die größten sind immer noch immer noch riecht, und die resten immer noch immer noch immer noch pobres. Es ist nicht eine Krise für UEFA, es ist eine Krise für Fußball. Ich kann nicht stärker sagen, dass die UEFA und der Fußball im Weltall im Weltall stehen gegen die ungräßig, selbst-servierende Proposal, die wir in den letzten 24 Stunden gesehen haben. Wir legenen alles auf die Tafel, um zu preventen das zu passieren. Die Fans haben die wichtigste Sache, sie müssen sich respektieren. Die großen Klubs haben die Fans gefragt, was sie über diese Idee haben? Nein. Untertitelung des ZDF, 2020